Hallöchen, oh, na, so, ähm, ja, willkommen, ja, ähm, ja, heute eine neue runter, bin schon mal ein bisschen vorgelaufen, wo ist ne Bär, oh, Mann, meine Fresse aber auch, ähm, ja, nachladen, bitteschön, leider ist nämlich schon der nächste, äh, ja, wo war ich nicht stehen geblieben, eigentlich ist das eine neue Aufnahmestechnung, ich bin nirgendwo stehen geblieben, ich fange hier gerade quasi wieder an, so, dann wollen wir dem auch mal hier hinlocken, boah, hier schaut mal meine Leichensammlung hier schon an, also, das ist ja nicht mehr normal, super, gut, dann sind hier erst mal einige Bären weg, das bedeutet, ich werde jetzt hier erst mal drauflegen und so weiter und erst mal zum LKW die Balken erst mal einladen, damit ich dann quasi einfach mal ein Stück vor hier, ich habe gerade nebenbei übrigens voll getankt, weil mein Tank war ja so gut wie alle, und, ähm, ja, blieb mir ja nichts anderes übrig, so, ähm, ich habe nachgeladen, die B, ich habe hier vier Bären gerade erschossen, insgesamt, ja, ich habe... weil die Jugendlichen auf dem Land, hier gibt es zumindest Diskotheken, und selbst bei Corona haben die Diskotheken ja zu, dass die sich mal da so schön austoben können, ob jetzt nur beim Tanzen oder mit den Mädels, ähm, ja, was machen sie, die haben natürlich noch Scheiße im Hören, wir waren ja alle mal hier, ja, natürlich, überall wo die Häuser offene Türen haben, rein Klingelstreich, jetzt haben sie jetzt hier geklingelt, äh, meine Tochter ist gerade am schlafen, und, ähm, war gerade ein bisschen sauer gewesen, nachdem sie das zweite Mal geklingelt haben, und beim zweiten Mal ging ich dann direkt zu der Tür, irgendwie eine Rakete, und habe gleich rausgerufen, klingelt ihr ja noch einmal, und hole ich meinen Knüppel raus, boah, die haben mich angeschaut, und sind weggerannt, ich glaube, die klingeln erstmal, zumindest hier in dem Haus, und zumindest bei uns nicht mehr, ich glaube, das war denn eine Leere, was ist denn hier los, boah, ich hasse diesen Perfektionismus, so, ich mag ja alles, wenn es genau ist, aber da habe ich beim Mail Simulator, da muss das ja mal aufhören, wenn schon das Spiel so unrealistisch ist, warum muss es da so realistisch sein, ey, weiß, kommt, äh, weiß ich euch, äh, mir, das nicht, oder mir kommt mir sowas nicht dermaßen bekannt vor, wie bei The Long Dark, ey, jetzt soll jetzt hier im Dezember ein neues Update kommen, jetzt haben wir schon den 23. Dezember, und, ähm, das Update kam ja noch nicht, ich freue mich ja immer auf das nächste Update, auf die nächsten Missionen, auf die nächste Karte, die man betreten kann, quasi, ähm, damit man weitermachen kann, äh, das letzte Mal habe ich jetzt in drei, vierte Jahr, ein Jahr gewartet, ähm, auf die neue Karte, ähm, um das einmal mal schön weiterzuspielen, boah, habe ich das da gesuchtet, das war dann ein Moment, wo ich dann echt auf andere Gedanken gekommen bin, gut, ich hatte mit der Ausdauer einige Probleme gehabt, ähm, da muss ich mir doch ein Sheet dann holen, wo ich dann quasi, also keine Lebens, äh, Sachen, keine, ähm, Waffen und so weiter, sondern nur, dass ich etwas länger als drei Sekunden rennen kann, ähm, ja, das war dann, das war sehr hilfreich gewesen, gerade bei den Wölfen, wenn man dann nicht so schnell zum Auto kam, allerdings hat das sehr an den Ressourcen geschluckt, also, essen und trinken und so weiter, da muss man sehr, sehr vorsichtig und strategisch vorgehen, ähm, dieser Sheet war nicht ohne, auch wenn man einiges umgehen konnte, ähm, hat man doch sehr viel Proviant gebraucht, so, wenn ich die Reihe jetzt fertig habe, werde ich jetzt mal so eine Seitenreihe fertigstellen, um noch mehr, ähm, Balken mitzunehmen, und eventuell das Bärenfleisch mal einsammeln, um die Truhen, naja, auch mal sinnvoll, na gut, wir sind jetzt hier im puren Winter, ähm, weil ist ja wahrscheinlich auch das Winter-Update, nicht Weihnachts-Update, und, ähm, ja, was soll's, da muss man dann mal gucken, äh, was so alles läuft, ich hab übrigens mal auf meine, ähm, meine YouTube-Liste geschaut, ich sag mal, boah, jetzt geht die Scheiße schon wieder los, ne, so, so, meine YouTube-Liste nachgeschaut, für 2022 habe ich bis Monat 8 noch Minecraft Dungeon, bis 2023 sogar noch, The Night of the Dead, ähm, ähm, GTA 5 habe ich bis Januar, wie das, wenn das hier, äh, veröffentlicht wird, ist GTA 5 vorbei, genauso wie Pumpkin Days ist dann auch vorbei, 2022, aber, warte mal, was ist das, Ano 1800 habe ich dann noch bis, äh, bis Juli, und krass, Skyrim läuft ja auch immer weiter, The Long Dark ist bis August, ähm, quasi im, bis nächstes Jahr, also, ich hab hier einige Sachen, die ich echt, ja, wie gesagt, The Long Dark, ähm, sowas in dermaßen gesuchtet habe, dass ich jetzt so viele Videos hatte, dass ich die wirklich, ähm, in die Veröffentlichung quasi reinnehmen konnte, äh, auf ein anderes Datum, also, nicht alles auf heute, und, ähm, ja, mal gucken, ist ganz schön abgearbeitet, ich hab jetzt schon mehr, äh, jetzt schon insgesamt zwei Festplatten extra für die Speicherung der, ähm, der YouTube Videos, falls mal was verloren geht, oder ich einen neuen Kanal aufmache, und ich die Videos dann da auflade, um mich dann zu veröffentlichen, ich weiß jetzt ja nicht, was mich das so erwartet, so, sowas besser, da, na, mal gucken, ich bin immer noch erstaunt wegen Jugendlichen, die hier einfach rein kommen ins Haus, klinge Streiche machen, ey, das ist ja echt mal krass, so, da wollen wir mal gucken, dass hier auch was hinpasst, super, was super, ähm, dann kriegt man da auf jeden Fall, wir kriegen den LKW voll, wir kriegen den jetzt vorne hin voll, und ich hab dann kein Mütens, äh, sag mal, kein Mütens Center für ausgeben, und wir haben hier eine bessere Sicht vor allen Dingen, gut, irgendwann, äh, wenn ich diese Karte, wenn die Karte nicht wieder geschreddert wird durch ein Update, so wie die alte Karte, ähm, dann kann es wahrscheinlich sein, dass ich hier, dass hier irgendwann mal keine einzigen Bäume mehr da sind, weil ich ja wahrscheinlich hier Minecraft in welcher Simulator, äh, erstelle, äh, diese Scheißgenauigkeit hier, und, ähm, ja, einige, ja, so ein paar Häusern mal schön baue, und baue, und baue, weil Holz ist ja mehr als genug da, Knete bekomme ich ja dann durch die Tiere, dann muss ich mal gucken, ähm, dass ich dann wahrscheinlich Milch herstelle, also Käse fertig mache, den Käse verkaufe, und mal gucken, ähm, auch wenn Blauschimmel mehr Geld einbringt, ähm, ist Weissschimmel mehr im Angebot, das heißt, ähm, Blauschimmel ist konstant, bei Weissschimmel weiß man immer, äh, dass, äh, dass, äh, dass man da mal zwischendurch mal ein bisschen mehr bekommt. Jo, mach ein Balken auf die Seite, und dann kann ich eigentlich, ich muss mal ein bisschen Obacht geben, nicht, dass doch noch jetzt, weil ich ja eine Weile schon da bin, irgendwo noch ein Bärli-Schi, äh, Bär-Schi da ist, und dann kann ich jetzt, äh, Bär-Schi, 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 äh, Bär-Schi